Mother, hier Panzer am Sammelpunkt. Ihr Status? Alles gut. Wir haben die Ware bei uns. Verstanden. Haben Sie auf irgendwas nicht geschossen? Wir sehen Sie schon. Begeben Ihnen Deckung. Ich habe genug von dieser Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban. Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen und uns nur Schmerzen gelassen. Bitte, Sie müssen sie finden. Finden und töten Sie alle. Bullshit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat er uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, okay, ich verstehe. Wo sind die Feinde? Schaikot. Schaikot? Was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Schaikot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. Fünfhundert Kämpfer oder mehr. Hm. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. Warte. 837 Bargram Flugfeld Afghanistan. Und ich würde doch mal behaupten, 500 Leute. Das schaffen wir doch allein. Hä? Alles klar, ich sehe rechts. Ja, ja. Rechts ist alles in Ordnung. Fliegt gut aus. Ja, ja. Mach ja schon mal die Dinge aus hier. Hä? Äh. Ich sehe ein Scheißdreck. Warte was jetzt. Die Straße ist keine Option. Kommen Sie irgendwie zum Haupttor. Die AMA ist schon dort. So. Ich soll ja richtig sichern. Ja, zwölf Uhr. Ich muss erst mal nachladen. Noch noch 55 Schuss. Alter. Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Okay. Ich soll rechts. Ich mach einfach rechts. Ich mach einfach rechts. Was denn? Alter. Fahr doch nicht so beschissen. Erst mal nachladen hier. Ei Jungs. Wir graben uns am Tor ein. Der DNA-Kreis von hier an. Der DNA-Kreis von hier an. Fahr mal ein bisschen besser hier. Räuber. Linke Seite. Rabbit. Warte linke Seite. Ja warte du. Auf was soll ich denn noch alles aufpassen? Achso. Das sind unsere. Geschwister auf 11 Uhr. Zweites Deck. Mother. Da kommt eine Horde Feinde durch das Tor. Ab, ab, ab. Hohohoho. Alter. Ja. Fahrzeug ist nicht. Ja. Okay. So kann man das natürlich auch regeln. Alter. Was ist denn jetzt? Wir stehen unter Beschuss. Die müssen züglich des Flugfeldes Mörder haben. Roger. Wir erledigen das. Wir müssen die Mörder vertreten. Da hatten wir mal minimal ein bisschen Platz. Bäh. Fahr doch vernünftig. Der Herr hier. Steigt aus. Tango. Schaltet sie aus. Aber, 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 aber. Alter. Bist du noch mal richtig auf dem Spielfeld? Und schon geht's los hier. Ja, kommt schon hier. Knie ich eigentlich? Nö. Knie ich nicht. Ich muss mal kurz in Deckung gehen, Junge. Nö. Ihr macht das schon hier. Jo. Lass uns mal hier rüber latschen. Okay. Ich geh hier lang. Ah. Hallöchen. Gute Arbeit. Gut. Ja. Hier geht's nicht weiter. Wann bist du denn? Der will bestimmt in die Hachi Supersuite. Da ist keiner mehr. Kann ich da durchballern? Nö. Kann ich da durchballern? Kann er natürlich nicht. Also stehen wir nicht im Weg denn, ne? Auf der Treppe! Hilf vor! Wart wo? Wo 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 wo? Ähhh. Womöken hab ich doch hier ein bisschen kopflos bin? Da ist nix. Hä? Ähh. Soll ich nicht flankieren? Oder hab ich das falsch verstanden? Hab ich das falsch verstanden. Merkt ihr das? Muss Papa sich mal wieder um alles kümmern hier. Warte, du bist immer noch nicht tot. Ach, kick mal. Kick mal einer an. Das Ding ist aber ungenau hier. Ja, komm. Machen wir ein bisschen hier hin in Buxturude. Machen wir nicht den ganzen Tag Zeit. Echt mal. Weißt du sowas denn nicht? So. Graffitis. Nee. Ja, ich darf mal wieder. Okay, ich darf nicht. Den was? Ja, ich mach doch schon. Ich bin da schon dabei. Okay. Okay, ich schnaffte. Äh. Sag mal, wie lange braucht ihr den bitte zum Nachladen? Guck da. Roger, Agli-35 versieren ihren Laser an im Anzug. Eliminieren. Agli-35, Delta Hotel. Fahrt frei zerstört. Roger, Neptune 1, erledigen Sie sie. Stehen immer noch unter indirektem Mörserbeschuss. Haben Sie Sichtkontakt zu den Mörser-Trupps? Negativ. Nee, Moment nicht. Bleiben Sie dran. Roger. Siehle, 12 Uhr. Die Fälle am Grund. Was, Penis auf 12 Uhr? Habe ich das gerade richtig gehört? Alter, der verzieht aber auch übel. Kleinen Moment mal. Optionen. Gamme-Ply. Speichern. Geht ja gar nicht. Das ist immer noch so krass. Ja, mach ich. Ach, guck mal. Headshot. Ah, warum lach ich jetzt eigentlich nach? Oh, Hallöchen. Ah, 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 ah. Ja, geh doch, moin Deku. Moin, die Güte. Mörser-Trupp eliminiert. Mörser hinter dem Zahn-Dock. Vollmissions. Geh nach. LRD-Weckel. Yeah. Ich steh einfach so mitten im Feld. Aber es passiert ja auch nix. Ist ja alles gut. Im echten Krieg wär ich schon längst tot. So. Okay. Und jetzt? Können wir endlich ne Panzerfaust holen? Ach, Hallöchen. Nein, die ist schon wieder. Meine Güte. Oh, was haben wir denn hier noch? Neues. Kontakt rechts. Zwang, Andersruf, rechts und rechts. 50 Meter. Scheiße, Tango, hier unten. Weg, 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 Weg. Okay, Nummer zwei. Mother, ich sehe noch einen Mörder. 300 Meter auf dem Friedhof. Was ist froh? Gehen wir. Mann, der muss ja ein gutes Auge haben. Meine Frisse. So. Ja, dann macht mal hier. Die schön blauen UNESCO-Vorhang. UNESCO-Vorhang. Hörner, hier Mother. Die Wohntrung soll das Feuer einstellen. Wir sind auf dem Friedhof. Ab jetzt übernehmen wir. Roger. Haben Sie alle Mörder neutralisiert? Wir sitzen hier immer noch fest und sich schießen sicher ein. Wir arbeiten dran. Mother out. Wir, äh, rollen mal hier von ganz rechts auf. Alter. Alter Flugzeugfriedhof hier. Oh, ich dachte, ich habe was gesehen. Na gut, äh, wie gesagt, wir räumen mal von rechts auf. Äh, ja, so viel zu rechts aufräumen. Das geht ja überhaupt nicht. Ey, ich komme hier nicht durch. Was soll das denn? So. Ey, yo, Kines, sitzt man nicht einfach da nur so. Alter, wie er halt nicht treffen kann. Ja, unter Acht. Tenter, alle Mörder zerstört. Roger, Jimmy hat was über einen Gegenangriff der Taliban im Osten aufgeschnappt. Ich sehe nichts. Verstanden. Wir rücken zum Tormtor. Wir melden uns, wenn wir dort sind. Sie halten für uns die Augen auf dem Fenster. Zeit, aber verstanden. Dann tauchen. Ja, wir rücken zum Handlerfuhr und weiter zum Kontrollturm. Wer den übernehmen, gehört die Baselfuhr. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Ziele, ein Uhr. Scharfschütze, zweit Uhr. Ja, Scharfschütze, den habe ich schon längst erledigt. Aber das ist jetzt hier. Geh mal hoch. Bieter ein gutes Ziel. Ja, ich darf mal wieder vorgehen, ne? Bei mir ist es ja nicht so schlimm, wenn ich hier einfach mal geopfert werde. Ach, kickt mal da an. Was willst du denn? So, mal ganz kurz, äh, verschnaufen. Bisschen Quick-Heal machen. Keiner mehr da? Keiner mehr da. Boah, ist noch jemand. Da steht ja immer noch. Alter, der hat ein halbes Magazin in SUS und ist ins Präsidium einfach nicht. Äh. Hä? Äh. Keiner, Herr S., warum rennt er hier zurück? Nicht verschwinden. Danke. Oh, la, tausend Munition, jetzt kann man aber pallern. Oh, 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 oh. Ist okay, ne, Asch, wie sieht denn das hier aus? Okay, Gasflaschen explodieren nicht. Geschwilz links von der Tür hoch. Mit? Rechts. Der lebt doch noch, das sehe ich. Das sehe ich doch. Okay, vielleicht noch nicht. Okay. Alles clear. Oder auch nicht. Muss nachladen. In aller Öffentlichkeit. Geht nicht so einfach. Boah. Ich dachte, das ist Voodoo. Ich stehe hier einfach so in der Tür. Äh, ja, äh. So, ähm. Einfach nochmal, weil wir's können. Tambor im Lagerhaut. Laufsteg. Geh unter. Turb. Zweim hoch. Zwei Ziele. Indeckung, Blüttel. 12 Uhr. Indeckung. Kassel. Alter, 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 alter. Ah, hier ist doch noch irgendjemand. Da. Ah, ich muss hier weg. Alles klar. Uiuiuiui. Links sichern. Greifen wir von oben an. Sichert die Ecken. Treppe gesichert. So. Einmal komplett nachgeladen. Einmal auf waschen Hauft. Alles klar. Rechts sichern. Links sichern. Greifen wir von oben an. Sichert die Ecken. Okay. Ja, ja, ich, äh, sichern die Ecken. Ich weiß voll, was ihr meint. Ja, wir haben auch immer noch Granaten. Ja, das ist so schön. Aber melden Sie sich, wenn Sie wieder was sehen. Komm, wir nehmen mal die hier. Oh, wohl. Warte mal, der hat doch schon so offen gemacht hier. Penta, wir rücken aus. Alles klar, wir sammeln uns an der untere Tür. Oh Gott, das klang gerade hier wie ein Remix von der Seven Nation Army. So, was ist denn hier jetzt? Meine Güte, wie lange brauchen die denn hier? Darf ich dann auch endlich mal? Himmel, Arsch und Zwirn. Okay, nass. Ja, ist ja gut. Wir gehen nochmal zurück. Laden direkt nochmal die Achtkugeln nach. Macht eure Scheiße da auf der Flankenseite. Dann kann ich das hier oben machen. Och, hi. Alter, der verzieht aber auch ohne sich, ne? Don't liegen ja nur an mir, ne? Ach, hi. Wer bist du denn? Ja, ich bin halt am Boden. Yeah. Erledigt. Muss ich mal kurz nachlauten? Wie bleibt bei dem Explosiven von See? Erledigt. Äh, ja. Und, äh, jetzt. Keine Ass. Wohin, die sind jetzt? Was? Gratter? Kartoffelgratter? Was ist denn mit euch hier? Kann ich dir eigentlich auch nögen? Kann ich nicht. Die interessieren die überhaupt nicht. Sichere die Hangars. Also, soll ich die doch da? Ja, warte denn jetzt. Können Sie sich mal bitte auskäsen? Bist du, kommt hier von ganz hinten. Und steht hier stundenlang im Feld rum. Es passiert einfach nix. Boah, ich geh hoch. Ach, Kriegmoll. Ja, Mann. Lauf doch. Lauf. Zeit am Boden. War hier nicht noch einer? Nö. War er nicht. Ja, auf die Tanks. Bewegung, Granate. Ja, oh, Granate ist ne gute Idee. Alter, macht ihr mal eure scheiße Arbeit hier. Ja, gehen wir doch vor die Wichse. Wichse. So. Maseltoff, ey, Alter. So. Ja, bin ja da. Meine Güte. Gehst du mal weg? Warum? Was ist denn? War er ein Kilometer weg? Was? Der ist nicht tot? Kannst du mich verraschen? So, Panzerfaust gerade abgefeuert wurde. Sonst noch jemand? Anscheinend ja nicht. Kontakt, zweites Deck. Also doch. Äh, den hab ich schon längst erledigt. Hab ich das schon gemacht, bevor hier überhaupt was passiert ist? Oder soll ich hier hoch? Ah, Panzerfaust. Okay, äh, ich nehme mal wieder der dicke Baby. Schnell, 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 schnell. Wir müssen rüber, übers Feld. So. Ich will nicht immer der sein, der eintritt. Alter. Ja, ich trete ein. Guten Tag. Guten Tag. Torwärts! Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da, ähm... Uff. Ich muss aber erst mal verschlaufen hier. Jetzt so'n Schrot hätte was. Alter, was kriegst du denn? Sicher? Anscheinend. Armeler, armeler. Was ist denn hier? Jetzt macht mal hin. Wir haben nicht die ganze Tagzeit. Also, das ist ja doch ein bisschen behäbig, das Ganze hier, ne? Nee. Ja. Ich mach schon mal vor hier. Alter. Ja, springt nur noch alle vor die Linse. Oh, blödem. Wisse, und sich dann beschweren, so von wegen... Äh. Ja, äh, blöder Wichser. Äh, kann ich zielen. Ich schieße ständig nur auf seine Verbündeten. Boah, ey. Ist das... Anstatt, dass sie mir einfach vor der Linse rumrennen, können die auch mal einfach mal, äh, nützlich sein? So, äh. Glaub nicht, dass wir durchs Feuer müssen, oder? Nö. Ja, ich darf wieder F drücken. Hallo, guten Tag. Au. Hallö. Warum lade ich eigentlich nach allen drei Gegnern nach? Kann mir das mal jemand verhorten? Oh, oh. Ah, der ja regelt. Alles geschnallt, ah, Mann. Ja, gesichert. Ja, gesichert. Ganz ehrlich, wer so schnell reagieren kann, Respekt. Noch mehr schnuppen. Nein! Verdammt, ich kann mein Visier nicht anmachen. Alter. Ey. Die Mausempfindlichkeit hier ist echt eine Qual. Hä? Keiner da? Hilf. Hilf. Okay. Ja, ey. Ich sitze da so vor mir. Oh, ich bete dich an. Nein, nicht. Netto und Kampfjäger sind einsatzbereit und warten auf ihre Befehle. Äh, wer ist das? Äh. Drück und halte Maus links, dann Maus bewegen, um die Neigung für die Luftunterstützung festzulegen. Nagelbreit 5, sieh ihre Markierung. Kanone feuert. Nid. Ziel in Sicht, Netto. 30 Millimeter bereit. Äh. Nagelbreit 5, sieh ihre Markierung. Kanone feuert. Äh. Technische Einheit südlich des Dorfes. Bewegliches Ziel mit Hellfeuers, zerstören Rabbit. Okay. Yeah. Nehmen wir gleich noch den nächsten Empfang. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Oh, doch. Wow. Oh. Wow, voll in schwarze Rabbit. Feindliche Ziel, Rakete unter 5, Neptun. Cool. Ziel in Sicht, Netto. 30 Millimeter bereit. Und dann machen wir mal in die Richtung hier. Technische Einheit nördlich des Dorfs. Äh. Äh. Wir sollten vielleicht mal auf das andere wechseln. Gertun, Agle 3, 5 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Ziel in der Nähe. So. Das muss denen doch auch ein bisschen Spanisch vorkommen werden. Gertun, Rakete unterwegs, Neptun. Äh. Der die ganze Zeit so... Ja, vor denen irgendwas explodiert. Äh. Kein erstes, da kommt mir Panzerfaust. Mach schon mal hier und so. Oh. Äh, was haben wir denn jetzt? Äh. Äh. Vor die Reichweite zu doof. Robby. Robby was falsch gemacht? Okay, man sollte vielleicht auch erst warten, äh. Bis es dem Ziel ist. Können wir beide erledigen? Yo, Alter. Wir haben beide gemacht. Äh. Okay, das war jetzt hier der Dingens, ne? Auch Kickmob. Und die andere machen wir mal mit der GBU platt. Jo, äh... Wunderschönes Anti-Kriegsspiel, ja, ja. Ach Gott, was kommt... Ungelenkte Bombe, Longbow, Hellfire... GAU-8? Ach nee, warte mal. Äh, warte mal. Ach, der ist schon. So gut, ne? Tschüss! Ah! Kann es eventuell sein, dass wir hier vielleicht Probleme kriegen? Süß, süß, süß! Panzer! Oh, ist ein Panzer! Boah, jetzt sehen wir uns aber alle hier ins Kreuzfeuer. Bäh! Gibt's hier sonst... Der Gegner eliminiert. Tolle Show, Neptun! Vagram gehört uns! Wow, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Also ich will ja nichts sagen, aber ich stehe hier grad extrem unter Druck bei solchen Spielen immer. So... ... ...